Hallo und herzlich willkommen. Ich will einen weiteren Trick verraten. Und zwar den Trick, es geht immer noch um das Thema, wie kann ich mein Gewicht halten ohne Kalorien zu zählen. Die anderen beiden Tricks hast du wahrscheinlich schon gehört. Jetzt kommt der dritte Trick und der dritte Trick ist so einfach. Der ist so einfach, ja denkt man jedenfalls. In Wirklichkeit ist das das Schwierigste. Also, ich esse ja nur, wenn ich körperlich hungrig bin. Ich esse nur, worauf ich wirklich Bock habe. Und jetzt kommt der dritte Trick. Ich konzentriere mich komplett auf den Genuss. Das fällt mir manchmal gar nicht schwer. Dann merke ich so, boah, du isst das so gerne, das ist so richtig lecker. Aber manchmal habe ich mein Smartphone in der Hand, eine Zeitung unter der Nase, der Fernseher läuft, der Computer läuft, was auch immer, meine Gedanken laufen. Und ich schaffe es einfach nicht. Achte darauf, inwiefern du es schaffst, dich auf dein Lustprinzip beim Essen zu konzentrieren. Probier es aus. Ciao, ciao.